Heyho und Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. In der heutigen Folge gehen wir Richtung Catherine. Ich weiß nicht warum, aber mein Computer hat momentan ein paar Probleme mit den Kämpfen. Es laggt irgendwie immer, wenn ich kämpfen muss, deshalb schneide ich die Kämpfe vielleicht komplett raus. Aber das sehen wir dann. Also Catherine oder auch Nahida. Ich hab's gehört. Du bist nicht Catherine. Ah, da auch. Ich weiß wo. Sollen wir mit ihr noch reden? Ja, das waren so gefühlt eine Milliarde Sub-Zero Events. Ja, wir sehen uns dann direkt beim Ort. Ich weiß ja wo das ist, da wo Duniazad beim ersten Mal saß. Also als wir alle in dem Traum gefangen waren. Also geradeaus eigentlich nur noch. Hier muss es sein. Da ist sie auch schon. Wir sprechen über Duniazad beim ersten Mal. Das war's so gelieft. Ich weiß es nicht. und fainter und fainter. Das bewirte mein Suspicion. Als Dunyarzad konnte no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you to breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Boah, ich dachte, ich dachte echt, sie wäre gestorben. Also es ist echt ein Wunder. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Hmm. I need to spend more time observing human emotions. Sie klingt wie so ein Roboter. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Okay. Ähm, dann fragen wir mal, was habe ich, ähm, am, nicht arm, sondern im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war. There was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you, what that was about. and if the red sky was related to Conrea. Hmm, it seems like the traveler established a connection to Irminsoul. That was a message lost by greater lord Rukadavata's residual consciousness in Irminsoul. Perhaps her last memory before she died. But it's the same thing as the guy said after he had the divine consciousness of the godness. As you two probably know, greater lord Rukadavata disappeared after the disaster in Conrea. The timing of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from greater lord Rukadavata? We thought it was from King Deshred. King Deshred? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater lord Rukadavata's residual consciousness in Irminsoul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsoul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree being in the vision was Irminsoul? Oh, Tainari also said that Irminsoul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance of deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsoul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsoul's fate as well as Tavats. Okay, also... Ich verstehe halt immer noch nicht, warum sie nicht mehr Antworten hat als das. Ich hätte echt gedacht, dass sie mehr weiß als... Sie weiß im Grunde genommen auch nicht wirklich viel mehr. Ähm, warum siehst du aus wie Catherine? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. Äh... Wer... Okay? How did you do that? Poor Catherine! Oh, does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha Terminal. Bitte? Was? The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukadevata. As Lesser Lord Kusinali and the first Akasha Terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this Bionic-Senshinion puppet. Was? Was? Diese... Das meinte ich nämlich, das wird hier gerade auch richtig zur Schau gestellt. Weil... Oh mein Gott! Heißt das die... Hat das die Theorie stimmt? Die Theorie stimmt? Dass sie eine Puppe sein soll? Weil das hier sieht aus wie so ein Schlüssel, der da reinkommen kann und irgendein... Ich weiß nicht mehr. Einer von den elf, von den Harbingern, soll sie gemacht. Hä, aber warum arbeitet sie... Hä, warum ist sie dann bei den Abenteuer... Hä? Ich verstehe nichts. Das ist das Einzige, was sie dazu zu sagen hat? Manny? Das war's? Was? Was? und Greater Lord Rukadavata, stattdessen von mir, die Symbol ihrer Passage. Also, die Sages, die ihre neue Archon unter Haldur? Wie soll sie das? Warum nicht sie ihnen eine Sprache, Nahira? In ein paar Worte, sie sind nicht falsch. Greater Lord Rukadavata war umniscient und omnipotent. Selbst nach ihrer Todes, die Akasha ist immer wieder empfiehlt diese Nation. Und ich... Ich bin noch sehr weit entfernt, dass ich mich der Gott der Wissen nennen kann. Aber die Akademie ist auch mehr profisierter in diesem Land regieren. Meine Existenz hat wenig Sinn. Ja! Du hast viele Believer! Just look at the Sub-Zeros Festival! Everyone who showed up truly loves you! Hehehehe! Thank you for the kind words! But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Ermin Sol is my life's mission and top priority. I will work on that and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten the lost soul here and there. Das machst du auch super. Das ist auch mehr als genug, was du machst. Äh... Warum haben die Waisen der Akademie so etwas geplant? Was haben die denn geplant? Bin ich blöd? Achso, wegen dem Traum? Hier hat niemals an viel Probleme mit der Akademiemen der Sumeru gespielt. Das ist die erste Mal, dass ich sie hinterher kommen. Ich wundere was, was sie durchgedrückt, und was sie zu erreichen. Und zwar wenn sie die Stadt nicht gesehen haben, etwas strange, wenn der Traveller nicht der Sub-Zeros-Samsara überrascht, die Situation hätte sich verletzt. Ich habe versucht, ein paar Analyze in der Akasha, Aber ich konnte nichts überlegen. Und alle die Leute von Interesse haben sich vor allem an die Akasha-Terminals verwenden. Ich glaube, sie versuchen etwas zu schützen. Oh, das war's, Paimon! In Gendarvaville, ein Sage hat die Tainari zum Beispiel einen Projekten. Entweder, ich muss erst zu investigieren den Sage's Motiven, machen die Dinge richtig, und sie zu tun, wenn es notwendig ist. Also... Also ich hab so ziemlich jetzt das Gefühl, dass der Sage oder die Sage, also das wäre, die Weisen. Dass die Weisen und die Akademie die Bösen sind. Nicht nur einer, lacht mal. Irgendwie sind alle die Bösen, die haben... Okay, Böse ist auch wieder so ein blödes... Ist wieder relevant, ne? Relativ relevant. Ach... Das ist die nächste Frage. Hat keiner bemerkt, irgendetwas stimmt mit Akasha nicht? Hat keiner bemerkt, dass etwas mit Akasha nicht stimmt? Ja... 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 Das ist halt so dämlich. Träume sind doch so wichtig. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Uh, das ist toll. Nenn mich immer so. Ich bin ehrlich gesagt. Maintaining Dunyarzat's Fading Dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Subzeru Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. Haha, what a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Stimmt, sie hat doch noch Geburtstag. Hm? Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? I... Maybe you were sleepwalking. You know, you can't wake up a sleepwalker. We, uh... We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. Haha, dieser Blick vom Ethai. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Uh-huh. Oh my gods. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work, so we can at least keep ourselves busy. Okay. Das heißt, als nächstes zu Catherine. Ich mein, das waren jetzt wie viel? 15 Minuten ungefähr. Hm... Ja, egal. Dann war's das erstmal. Dann war's das für diese Folge von Genshin Impact. In der nächsten Folge... Gucken wir dann, was wir als nächstes machen müssen. Ich sehe grad da oben ein Ping, weil Ping ist grad über 200. What the hell? Weiß auch nicht, was grad los ist. Egal. Bis zum nächsten Mal und tüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü